Was bisher geschah Was bisher geschah Was bisher geschah Was bisher geschah Wie es weiter ging So langsam trudeln alle ein hier Da ist noch leer Wir läuten schon mal ein bisschen ein Gib mal was richtig schönes Jetzt gib mal was auf die Ohren Ja Da kommen die anderen schon Die Bakaloon So Voilà wie schön das hier liegt Das wird uns ein bisschen Schmerzen bereiten Hoffe ich doch Feuer frei Ist das geil Also bei mir kam hier gerade was hier lang gezischt Geile scheiße alter Hammer So So Wolltest du schön war Gib noch eine hinterher Jetzt reicht mir das So Die waren aber würzig Meine Fresse Wahnsinn Wahnsinn Ich brauche euch mal was für dein Maul Na dann mach mal was Für dein Maul Alter Fest deinen Leuten oder wat? Hä? Damit gleich Ruhe ist hier Isgra Blitzrums 100 Schuss hier Lassen wir uns kosten Filetio Richard Guckst du dir das an hier Müssen wir ein bisschen beiseite hier machen So So Kommt man da Dieses Jahr ist er Ohne Beschränkgas Ne Viel Planet kommt auch voll gepackt Du So Ich will mal klassisch einläuten Das geht doch gar nicht los Oha Das war man So Filet Startschuss Das war's Zwei Schuss bloß Von der 100er Nein 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 Das ist für Absicht Man muss man sich einpeilen Aber die qualmt noch Was soll das denn So Ersatzlohnte Hoffen wir mal jetzt Da hat mehr Schuss kommen Okay Ja Nein Nein Das war Ja Aber Ich will mal Ja, das ist Silvester Ja, wir können auch noch ein paar schöne... Ja, Filetios! Schnaß Wutje! Schöne Tour hier wieder! So, ich sag gleich hier vorne hin, bimbonbon! Aua! Scheiß Leute hier, ich hoffe gar nicht! Wollen wir Mike oder was? Boah! Das ist nix zu wie viel! Hättest du einen Oropax mitnehmen sollen! Oropax? Dann willst du dich nicht so erschrecken! Jetzt mal hier, 25 Meter! So! 25 Meter! Feuer frei! Ich muss meinen Arsch jucken lassen! Hahahaha! Hahahaha! Ist das geil ey! Na, will er nicht? Achso! Hat er! Und jetzt ist ja weniger Granaten... Wahrscheinlich... Hahaha! BAM! 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 So, Energetik. So, warte Niko. Warte. Feuer frei. Alter, und das für F2. Das ist genau das richtige für die Fahrrad. Genau so sieht es aus, ey. Da krümmen sich ja die Nägel am Boden, ja. Oh, Mann, eine Stinger. Stinger. Machen wir weiter vorne. Ein schönes Stinger. Na ja, mal gucken. Nein, die fliegen ja hoch und machen oben. Oben halt scheiße. Stinger. Ja. 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 Ja, das hast du ja. 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 Ja genau. Wie shallow. so ich will jetzt mal richtig schön schön klassiker machen eine schöne turbo salut rakete viele schönes ding lang nicht mehr gehabt danke an meinem kumpel tim grüß dich aber der ist auch nicht ganz kurz turbo salut das war ein puffer eben also das kann weg besser machen wir mal gleich noch eine die war ein bisschen laschen aber der pfeifaufstieg war richtig geil hoffst du so noch mal eine das war ein verpuffer alter die hörte sich schon besser an jetzt mal eine schöne adrenalinbaum von leslie gibt es leider auch nicht mehr ach so so lecker schmecker so wenn immer jetzt das tat mich schon wieder weg woma Die Zierer 4, die 2-Eno-Dinger. Muss ich kaufen. Aber richtig dumpfer Knall. Und dann schön ein Stück Sterne zu. Hulau! Sind die wirklich zu viel? Ja. Was mit Plaste hier drin ist? Ja klar. Ich schweiß mal an. Funke! So sieht die aus. Plaste. Du kriegst den Deckel oben ab, dann kriegst du noch mal Blitz rein. Ist doch schon geil. Danny. Ja, ich hau er ab, Alter. Mein Arsch! Habe ich doch gesagt, ja. Aber sichern, Danny. Sichern die mal. Pack mal noch was hin. Genau. Nicht, dass die kippt. Musst du oben noch abmachen? Nee, ne? Dumm, bumm. Was hast du denn hier? Habe ich versucht, hey. so jetzt noch mal eine schöne zieler 4 brashmaschi oder wie die heißt man da hier hoch sind die geil alter matthias ist auch am start jetzt hier die drücken die raketen herr noch ein alter junge junge ich meine fresse nebenbei ich bin bescheuert Ah, dann lasst ihr ja nicht nur von Maike mal andrehen. Ist das ein Arsch, Alter. Ist das eine Salotakette? Ja, Pornös. F3? Nee, F7. F4? F7. Das ist ein Reier, Alter. Hau die denn. Wenn man so anhört, wird mir schlecht so. Vorwärts. Eins bis zu den Abenteuernden und archaeischen Säden. Säde. 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 Säde.